Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Diablo-Challenge-Riffs. Wir befinden uns in der Woche 242, mit dabei ist der Max. Hallihallo! Ja, Hallelüchen. Ja, ihr seht schon, wir spielen diese Woche Magier und ihr seht es vielleicht auch schon unten in der Leiste. Wir spielen ein Archon-Bild. Und jup, das Ganze ist ausnahmsweise mal ein wirklich guter Bild, den man so nachbauen konnte. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ihr seht den Sockelstein im Kopf, der ist für Season 25 speziell. Das heißt, solltet ihr den nicht haben, macht einfach einen Diamant rein, dann habt ihr ein bisschen Zähigkeit, Resistenz oder Leben. Ebenso wie der Stein der Waffe, der ist auch nicht essentiell. Den gibt es nur in Season 25. Deswegen baut da einfach einen grünen Stein rein, wie ihr es gewohnt seid. Ansonsten könnt ihr den Bild so nachbauen. Ich gehe mal kurz über die Fähigkeiten, beziehungsweise über das Set drüber. Ihr halt erst mal beim Zweier-Boni Archon mit jeder Rune. Der Vierer-Boni sagt, Archon-Stapel erhöht eure Angriffsgeschwindigkeit, Rüstung und Widerstände um 1%. Das heißt, ich glaube, Archon-Stapel sind unendlich, Max. Aus der reinen Theorie, ja. Man schafft das praktisch aber nicht. Also irgendwann, ich glaube, man fängt irgendwann aus. 200 oder sowas mit dem Kopf und allem drunter, den Kopf ins Schwami, die hältst du dann länger an und sowas. Irgendwie so 250, 300 ist maximal das Ende. Irgendwann das Ende. Na gut, der 6er Set hat halt, wenn ihr mit Archon-Fähigkeiten trefft, haltet ihr einen Archon-Stapel. Diese Stapel reduzieren zusätzlich auch einen erlittenen Schaden um 0,15% und erhöhen den Schadensbonus auf 100%. Also ihr seht, mit jedem Stack, den ihr habt, oder jedem Stapel, kriegt ihr 100% Schaden mehr. Ja, also damit kommt man aber auf 10.000 oder 20.000, die halt andere Sets haben. Die haben ja gleich den Multiplier so hoch gesteckt, aber hier muss man sich halt ein bisschen hoch spielen. Naja, also wir haben das ganze Set an. Wir haben hier Grümelchens Halskette, die ist ganz nett. Wir hören nochmal unsere Stärke der Schilder, da wir ja die Sturmrüstung dabei haben. Wir haben eine Zusammenkunft der Elemente, die ist auch immer ganz nett dabei. Und wir haben noch ein wichtiges Ding, ein Ring drin, den Karnis Heiligschein. Und zwar macht er, nachdem Sturmrüstung einen mehr als 15 Meter weit entfernten Gegner in einen Blitzschlag versetzt hat, erleidet ihr 5 Sekunden lang weniger Schaden. Das heißt, ist hier mit unserer Arcan-Flut gemeint, ne. Damit kriegen wir nochmal Defense dabei, ja. Ja, das ist nämlich die Sturmrüstung. Genau, oder Sturmrüstung reicht halt auch dafür aus, ne. Ist halt quasi sogar passiv dann damit zu besetzen. Naja, dann haben wir zum Beispiel auch den Gürtel, der ist echt gut. Sobald ihr Arcan startet, habt ihr 47 Stapeln, das geht jetzt hoch auf 50, meine ich, genau. Ja, das ist halt so ein Must-Have-Item. Damit seid ihr gleich bei 4700 Schaden. Und wir sind in Zendar und der Schwami im Cube ist dafür da, dass man quasi einfach die Stapel nach dem Auslaufen von Arcan behält. Nochmal 20 Sekunden. Dann behält man die ganzen Stapel und hat nochmal die ganzen Schaden dabei. So, jetzt kommen wir zu dem Waffenteil. Da kann man natürlich andere Waffen nehmen, aber ich finde schon, Toto ist eigentlich ein cooles Set. Coole Kombination, ne. Und ist eigentlich auch dafür gemacht. Wer in Arcan aktiv ist, sendet ihr so eine Welle raus, eine Zerstörungswelle, die im Umkreis von 30 Metern 40.000, äh 4000 Waffenschaden zufügt. Der Schaden skaliert mit den Angriffsgeschwindigkeiten, ne. Das ist so eine Sache. Jedes Mal, wenn ihr einen Angriff trefft, wenn ein Archeon nicht aktiv ist, kriegt ihr so eine Schadenswelle, äh, die ist bis zu 20 Mal Stapelbar und macht auch Schaden. Die seht ihr unten schon eingeblendet, wir haben die schon hochgesteckt. Dazu kommen wir jetzt gleich, da können wir ein bisschen exploiten. Naja, was haben wir sonst noch? Der Schmelzofen, wir haben noch den Cooldown-Ring. Alles Overkill, braucht man nicht. Genau, da haben wir nochmal kurz über die Fähigkeiten drüber. Und dann haben wir dafür heute auch einen sehr ausführlichen Guide-Teil gemacht, was man machen kann. Äh, achso, die Steine noch, das ist zwei Steine der Rache. Das hat dann Range-Build, ne. Einfach nochmal der Boss-Game und halt nochmal für Leute, die Slowness, ist halt für die Bubble ganz gut. Ihr habt ja im Archeon ja auch Zeit verlangsamen. Und somit seid ihr einfach so extrem stark, dass ihr eigentlich alles rushen könnt, bis auf 100, 110, sollte damit problemlos möglich sein. Wir gucken uns das Ganze jetzt ingehen mal an. Also, ihr seht, wir haben die Stapel behalten. Das ist ganz nett. Somit können wir gleich vorpushen, können die Sturmrüstung anmachen, können unsere Waffe anmachen. Und dann... So kenne ich deinen Archeon-Mann. Habe ich doch den Archeon gedrückt. Ich dachte, du drückst den. Achso, nö, du. Ja, gut. Ich habe jetzt meinen Archeon gedrückt. Jetzt kann man hier auf der 2 so eine Bubble aktivieren und alles, was da drin ist, kriegt halt mehr Schaden durch den Gem. Alles, was da nicht drin ist, ist halt weit weg. Und ihr seht, jetzt kann ich schön mit dem Archeon einfach hier durchwaschen. Und ich brauche nur die 1 drücken. Und das war's. Jetzt wäre der Max theoretisch dran mit seinem Archeon. Aber ihr macht jetzt halt den Schaden. Ihr habt jetzt 148 Stacks nochmal. Ich habe es geschafft, 100 Mobs zu töten für jeden... Machst du jeden gehitteten oder für jeden getöteten Mob? Müssen wir mal nachgucken. Irgendwo was falsch gelaufen. Ja, du musst hier runterlaufen. Ja, aber da oben war doch noch ein blauer. Ja, das ist auch ganz nett. Ich rutsche mir voll durch, schnell durch. Lass mich bitte durch. Ich bin Arzt. So, wir gucken oben runter. Ist eigentlich relativ easy. Laufen wir weiter. Hier schon zünden, das rentiert sich ja fast nicht. Ach komm, was soll's. Halt. Unten laufen. Ihr seht, es macht einfach Bumm. Ist ein ganz netter Bild. Sollt ihr es noch nicht ausprobiert haben. Einfach mal ausprobieren. Und auch immer wieder versuchen, wenn ihr jetzt nicht im Archeon seid, einmal mit eurer Kahnflut den Ring aktiv zu halten, dass ihr Cooldown kriegt. Ja, und somit relativ zügig wieder ein Archeon gleich ready habt. Problem ist hier, ich würde ich fast eher behaupten, ist ein Solo-Bild, weil du kommst A hinter deinem Kollegen nicht hinterher und B gibt's nichts mehr zum Töten. Ja. Was ja nicht verkehrt ist, aber es hat kein Portal, wo du jetzt, oder Rift, wo du dich aufteilen kannst, muss. Es ist einfach nur ein Solo-Ding. Einfach nur nach unten langlaufen. Daher das Ganze so rum. Wir laufen jetzt hier nach unten, Max. Also jetzt nach rechts quasi, irgendwie. Ihr seht, oben schon eine Zeit ablaufen. Das Problem war, in unserem Proberun haben wir aus Versehen den Boss getötet. Ganz unglücklicherweise. War ja gar nicht so geplant, aber der Boss hat sich in mich geportet und ja. Das war weg. So, wir müssen die nächste Ebene betreten. So weit waren wir noch gar nicht. Also runter rechts. Und dann. Ist der Boss da? Wir haben einen Schildpilot und können den hier Problem was töten. Ja. Wie dann? Also das war der Boss. Ihr habt vielleicht gerade gesehen, Max hat ihn getötet. Ähm, ja. Das war alles. Das war die Zeit von 2.50. Damit sind wir derzeit Platz 30. Okay, ist ganz nett. Ja. Kann man machen. Wir könnten auch ein bisschen schneller werden. Das gucken wir uns beim Nachtrag mal an. Ja. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Abo, Daumen, Feedback da. Schreibt kurz dran für den Nachtrag. Willkommen zum gewohnten Nachtrag. Ihr Sales, wir sind an derselben Stelle. Wir haben den Pilon noch nicht aktiviert. Aber nichtsdestotrotz. Danke, Max. Dann können wir nicht mehr sterben. Äh, unsere Zeit 2 Minuten 7, 6, 8, 3. Damit befinden wir uns Herzeit auf Platz Nummer 3. Irgendwie ist Fluffy alleine. Der Armand. Ach, der hat mit aufgelauert. Nö, der hat es auch mit aufgelauert gemacht. Genau. Das war doppelt aufgelauert. Äh, ja, gut. Wir sind also auch eine ganze Ecke weit weg. Also 20 Sekunden zum nächsten, 30, 40 Sekunden zu den vorderen. Wir sind damit ganz zufrieden. Wir hätten uns noch ein bisschen besser abtypen können am Ende. Aber das bedarf halt nochmal mehr Übung, mehr Tries. Und das hatten wir irgendwie jetzt gerade keinen Bock drauf. Weil das bringt uns ja auch nichts mehr. Äh, weil Diablo ist eigentlich fast ein totes Game. Die meisten laufen momentan zu Lost Ark rüber oder anderen Games. Aber wenn euch das ganz gefallen hat, lasst trotzdem ein Abo, Daumen, Feedback da. Und ich würde mich freuen, wenn wir in die nächste Woche zum nächsten Riff wieder einschalten. Bis dahin. Macht's gut. Bis dahin. Bis dahin.